ich muss ja hier noch ein bisschen halt bei ihm bewegt sich ja auch ist ja mobil ist ja egal kann man ja kann man beim fliegen dann sehen optimieren dann ich meine dass das das ding nicht rausfliegt wenn der schub von hinten kommt da tut er nicht oder ach so ja stimmt kloster ja weil doch ist das mobil ja ja klar das ist ja nicht fest ja ja musst du so schmeißt du dann ich meiste dann sachen also einmal den gleiter hast du und einmal das blaue ding zum upgrade noch stärker rüstung dann hast du musstest du auch 15 rüstung haben so und ich habe mir noch ich habe mir noch diese schmuckstücke hergestellt hast du ja auch das eine haben das andere noch nicht ich habe jetzt zwei sachen hingelegt ja ja wurde habe ich schon eingesammelt oder wie du bist doch gerade dahin gelaufen denn auch die sache drauf ich bin ja nicht gelaufen habt ihr aber eingesammelt scheinbar ja einmal den gleiter und einmal noch so ein blaues ding und wie hast du hast du das blaue ding auch das konditions ding hast du ja 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 aber hatte ich das nicht vorher auch schon du hast zwei blaue ein glühendes gab es hast du drei blaue soja stimmt aber dafür habe ich ja das andere reingemacht ist ja 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 okay dann passt das dann lasst das richtig richtig dann hast du jetzt dann hast du jetzt die zwei blauen das rüstung muss der joystick ich habe nichts gemacht war gar nicht da stimmt muss vielleicht doch die düse hin damit es bleibt weil der joystick steuert ja dann nichts an und aus sonst also fliegen kannst du wenn du springst du lehrt dass du drückst der verschwindet doch nicht einfach nein es geht doch darum dass das ding verschwunden ist das ist doch die ganze zeit verschwunden ich weiß ich weiß also ich glaube ja dass das wenn der joystick mit nichts verbunden ist keine keine ding da ist wie heißt es keine düse oder sowas irgendwer ist aber nichts verbunden keine ahnung weiß ich ja nicht das ist halt ich habe mir nur gesehen wie es der gemacht aber dem geht es einfach was heißt denn das jetzt genau wenn du volle kondition hast erhältst du nach ein paar sekunden zusätzliche konditionen wie stehe ich nicht genau was das heißen soll keine ahnung was damit genau gemeint ist ich kann gerade nicht helfen ich möchte mich konzentrieren was geht ich hier mit mir selbst hier alles gut ich sage noch ich kann ja nicht drei sachen auf einmal ne ne ich frage ich hätte mit mir selbst und fragt mich dann man fragt das spiel oder wie auch immer so weiß schon so lauter hin was ich hin watschen was das ätzend ja vielleicht ist es aber auch einfach so dass man einfach nichts mehr ändern darf wenn bevor du die stützen ab also bevor du das abziehst er hat er hat das als letztes gemacht als letztes ding ich gehe davon aus dass man alles fix und fertig machen muss und erst dann muss man die runterlassen die hose ja kann sein hier so viel dann brauche ich sein zeit aufwendig ja das deswegen so ein kleines machen und genauso wie er weißt du also eins zu eins einfach so nachmachen wie er das dachte ich halt war überhaupt eins haben es ist ja egal es sind ja immer noch zwei schübe und das ist ja nur die plattform die größer wird ja ja aber es ist es ist halt gemütlich auch beim fliegen glaube ich weiß nicht so groß ist oder musst du bei dem nicht zu zweit was fliegen weil du gleichzeitig beide düsen geradeaus anmachen muss manuell so bist du ja okay mein charl ist hungrig das nehmt nein also so groß ist die plattform jetzt auch nicht du kannst doch von einer zur anderen hinklicken okay so jetzt brauche ich wieder fleisch und federn jetzt werden die schafe wieder gerippt schon nett man bräuchte so düsen dann unterm arsch ich bin auch dafür dass wir ein auto machen und kein ja das ist nur das erste was ich gefunden hatte wir musst du ja genauso machen ja richtig musst du ja genauso machen nur halt mit reifen ja aber wir konnten ja richtig die die steine wegflügen als wir da mit lang gedüst sind genau einiges geht damit hat auch im video gesagt einiges kannst du damit kaputt machen wenn wir fliegen machen wir ja nichts kaputt aber wenn wir fahren können wir alles wegballern weißt du weißt du nicht wie weit es geht was du alles kannst wirklich alles kannst du verstehen fliegen ist halt ohne widerstand und du kannst halt direkt schnell ein schnelle ding zurücklegen weißt du stimmt kuh kuh ist unbedingt ein streichen hier ach so also in diesem platten gelände bringt der gleiter null aber wirklich nichts wir brauchen unbedingt dieses dinge das nicht mehr so kalt ist wo hattest du denn die komische dinge da wie heißen sie denn sprengpulver hin liegen die im haus oder hast du die in den grünen kisten glaube ich da vorne gegenüber von dem letzten also hinten ich glaube da habe ich alle hingetan 1 1 oder 2 habe ich alles reingetan was neu ist jetzt 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 ein bisschen fleisch und federn fahren damit ich noch ein bisschen feile machen kann die sind wieder kühe ach da ist wieder so eine spinne für spinne es immer gibt hier auf der welt das ist schon mal geflogen nein crash gerade beim kühe streicheln so wieder wieder da ja also wie viele leute das auf twitch zu schauen ja ich weiß ich weiß gar nicht ob das alles so realistisch ist muss ich sagen machen jetzt habe ich wieder alle sachen die ich halt nicht neu hab lol ich weiß gar nicht aber ich weiß gar nicht weil es ist trotzdem noch eine kleine bubble anscheinend das ganze leute müssen ja und da wird es hochgerechnet also ist das auch komisch jetzt wollte ich vielleicht haben jetzt habe ich gleich gab es macht super sind sie noch google ja häufig drauf um solche sachen zu essen das interesse vom google ja was wird wie oft gegoogelt so also mich wenn du möchtest können wir ach du willst du hast es zu ende gern fliegen wir da mit dem dahin ich höre jetzt hier nicht bei dem ich ungefähr weiß wie es geht auch ich frage ich muss schon wieder essen ich habe gerade gegessen ich habe ich habe hundert bären verwechselt bären bringt ja nicht viel so nur ganz ganz bisschen ich glaube ich habe 16 fleisch nicht zum kochen ich bin ja nicht wegen fleisch raus aber jetzt kille ich hier ein ähm vielleicht nach dem anderen 1 2 3 also hier oder warte mal blau zwei auslasten also hier wichtigste ist ich habe ich habe extra und ich gebe dir mal so eine axte man da dann ja fortfahren ok hier nimm weiter spitzhacke schenken mich zu danken hier ok ich wollte dem noch eine spitzhacke geben hier nimm weiter spitzhacke hier nimm weiter spitzhacke hier nimm ok weiter spitzhacke kann ich dir noch mehr geben oder was für spitzhacke habe ich noch auch eine habe ich und alle das hier nimm weiter spitzhacke ja schon halt vier spitzhacke oder so aber alle fast kaputt dann immerhin passt ja ich reparieren können in der kiste aber egal wo irgendwas interessantes ist ist halt immer sofort kalt wir sind direkt neben dem schniegebiet und ich gehe immer irgendwo hin was machen und dann ist direkt kalt dann der zaun da dran ist so geil der hilft da wirklich mit dann ne wenn der das wichtige werthakt hilft damit der auch hackt und so wir sind berg da hoch gehen ok das passt so super schnell ja dann brauchst du halt jedem eins passt ja ich hau dir aufs maul damit kann ich nicht schliegen das bringt mich jetzt nicht so weit dass es war das nicht wir sparen hier das ist jetzt nicht sinn der sache jenzy boy jetzt kommen wieder seine anfälle kannst du nicht rausdenken jetzt kommen wieder seine anfälle hier dir ist kalt was drin ist irgendwie so ein bisschen ungerade hier macht den knopf ich kann nichts dran ändern kann ich nicht ändern 23 fleisch okay guck was hier wieder rumliegt ich will nicht mit dir quatschen doch warte mal hast du hast du mittlerweile schon geholt haben wir jetzt die großen oder die kleinen düsen hinten dran die großen großen ja unten vier kleine und ja 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 warte 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 das ist nicht rückgängig machbar das ist besonders kalt hier holz wieso hab ich denn schon wieder kein holz was ist denn so jetzt kann ich mir hier mal wieder endlich mal pfeile machen das kann ja ob ich nicht genau so viele pfeile aussieht wie ich jetzt nicht mehr herstelle was willst du mir soll ich zu arbeiten ja bin gleich wieder weg bin gleich wieder weg keine axt bin nur kurz hier so ich auch ich brauch holz so ok jo was denn das immer das ist unsere konstruktion die wackelt echt deswegen ist so laut naja du hast sie gar nicht arbeiten lassen hilfe im dorf verarbeitungsjobs sammle edelsteine erzeugen sammle edelsteine ok bin dabei klopfen wir auf ein paar edelsteine rum ok so drei joycings stehen edelsteinschneider haben wir auch haben wir den zwei fette düsen da dran kleben ey das wird ganz schön brutal sag ich hier warte mal oh nein ich hab schon wieder keine stange ich will nicht mit dir reden mir ruhe du kannst diese ganzen geräte immer so tüten geben die nehmen die ja alle diese spitze ohne oh mein gott wie oft wollen sie denn server neu starten ja mhm ah ich glaub ich hab was falsch gemacht oh oh ne 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 passt passt puh hätt mich jetzt bei dir nicht gewundert digger also warte halt die fresse du arschloch äh also ich also theoretisch müssten die dann runterfallen und dann ich hab extra ein bisschen platz gelassen und dann werden die da verankert aber was hab ich denn gesagt dass die nicht nach vorne fallen genau da hab ich gesagt dass man dann noch was draufsetzen muss oh oh was denn aber wenn die jetzt runterfallen dann kann ich gar nichts mehr draufsetzen oder ich bin gespannt ob nicht das ganze ding kaputt geht wenn du unten die stellen weg machst halt die fresse nauze weil es ist ja nicht auf jedem ding ein schalter oder da geht nichts kaputt jetzt hör mal auf wieso kann ich die jetzt runterfallen lassen oder ne warte mal wie ist denn das der verbindet die ja nicht das sind ja zwei einzelne objekte mhm mhm ja also die sind ja unabhängig von einer aber warum waren die vorhin abgebrochen was war da der grund ich weiß es halt nicht so hier kann man aufs decken ja cool wo kenne ja noch die das was ist denn ich hab' ein spiel eigentlich das das hier nicht mehr holz ich mach mal kurz nach hinten hier mach mal mehr davon was denn an diesem holzstand nein doch richtig stell dir vor die fixen das mit ihnen das wenn der kiste funktioniert und tut keine reparatur ich glaube die lassen sich für den ersten patch schon so ein bisschen Zeit dass sie das dass sie die ganzen ja meinungen der erstmal hören von den spielern ob sie draufhören glaube ich nicht macht ja niemand aber die wildcard sind da machen sie das beim zweiten Teil aber erstmal zweimal den ersten rausbringen so ein Ding und 15 addons addons Entschuldigung versteht er sonst wieder nicht ja ich verstehe nur wenn du nusschlutz irgendwas was hast du gestern gesagt was war das ich habe es einfach in deutsch ausgesprochen ja ist ja richtig verstehe ich von meiner weise overlocking ne du so ja ja ne 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 das ist da fehlt ein Buchstabe das ist ja c locking ist ja ne ist ja ein c oder es fehlt ja ein Buchstabe deswegen overlocking ist ja falsch da fehlt ja ein c k ist ja das muss auf deutsch k sagen overclocking das ist ja dann schon fast wieder englisch das ist ja richtig richtig overclocking ja overclocking das ist mir wieder kalt Digger jede paar Millimeter wo ein bisschen kühler ist dem kalt brauchen unbedingt dieses Kälteteil die Welt ist nicht gerecht die Welt ist nicht gerecht da werde ich mir nie gewinnen dass er nicht gerecht ist das sage ich dir ich würde gerne irgendwas auf der Karte markiert dann würde ich es irgendwie sehen und ich da hingehe aber lass mich ja nix markieren hier weg mit dir das lag so der holt immer nur aus den ei 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 der hätte Politiker werden müssen Geld kriegen das ist das Beste was für ein Ding das ist nichts tun weg Geld kriegen das Beste sitzt da einfach nur im Parlament rum ach du meinst du meinst Content Creator werden das ist ja dasselbe für Spiele spielen Geld kriegen Geld kriegen oha jetzt aber jetzt geht es aber los hier Drecksau okay jetzt habe ich ich bin anderthalb Meter geflogen ich habe durch Zufall rausgefunden wie es geht du hast es mir ja nicht erzählt sag mal so doch ich habe es auch erzählt ich habe es nicht gehört ich sehe einfach nichts mehr damit sage ich hab es geerzählt das ist so viel besser das ist meine neue Taktik ich erzähle nichts mehr ich habe es doch gesagt viel entspannter für mich das Leben weißt du nachdem er selber zweifel ob es gemacht hat klar bist du gesagt also also dass das glaube ich nicht mal große reifen ja der doch und das hast du doch weg wir haben doch kein weichholz mehr doch doch ist noch da hast du mindestens weg ich habe mich alles genau was ich gebraucht habe was du machst du weichholz direkt oder weichholz starb das ist jetzt die frage jetzt kommt weil ich heute starb und dann passt das alles doch einfach die christen wieso fragst du was ich brauche wenn wir beides haben weil nicht mehr so da hinten habe ich aber den starb aber man kann ja aus weichholz genau mache nicht alle damit du noch weichholz hast also wir brauchen wir brauchen vier räder also braucht vier stäbe und ich farm gerade weichholz bin schon wieder in der wüste das klo muss das ist mit mir los überhaupt sie am ersten tag gespielt haben und bin ich auch nur einmal jetzt bin ich auch alle aber du hast ja nicht so viel energie gesoffen oder wie sonst heute das ist jetzt nichts das kein kaffee wie gesagt aber es ist ja ich verstehe sehr weit so könnte das jeden dach sein dass ich aufs klo muss ich war normal normal menschen zeit für irgendwas große weifel und doch schneller weit schnell weit mit dem ding und doch vor auch 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 oder auch auch ess sie cool aus ja Ja. Waren wir große Düsen oder kleine Düsenrunden? Kleine. Reicht. Finde ich sie besser aus. Unten kleine und zum Wusten große. Zum Fliegen. Ich sehe schon wieder nichts. Es ist mir kalt. Ich muss schon wieder essen. Ist doch einfach. Das ist doch einfach nur ein Spiel. Das ist doch einfach nur ein Spiel. Wenn man die Karte öffnet, hört man auf zu gleiten. Geil. Reicht können wir kein. Oder? Reicht geht's nicht. Rolle. Was hast du gemacht? Du denkst immer, dass die Kraft fast zersagt. Ja, gell? Hier ist warm. Okay, okay. Ich habe keine einzige Schneebärder dabei. Oh, ich habe andere Bärder. Scheiße. Dann tun wir das hier weg. Oh, oh. Immer noch warm. Fuck der hier komplett. Okay, jetzt bin ich hier. Aber ich habe keine Schneebärder. Das ist genau nicht. Ich höre nichts mehr. Er ist hier am eskalieren. Ich höre nichts. Das kann doch eine Weile so gehen. Ich höre dich erst mal nicht. Der hat hier irgendwie ganz komischen. Vielleicht können wir die Düse vergessen. Ich weiß nicht genau. Nicht so wie vorher. Okay. Okay. Oh, er hat sich angekriegt. Der hat gerade in der Sekunde, wo ich die eine Düse dran gemacht habe, sich das Ding die ganze Zeit pausenlos bewegt. Und dann wirst du die ganze Zeit pausen. Als ich jetzt die zweite dran gemacht habe, die man fast nicht ran machen konnte, weil das ganze Ding gezittert hat und man dadurch das nicht mehr dran setzen konnte. Aber da haben wir ja immer ein bisschen die Taste gespampt. Dann ging es. Und dann hat es zum Glück wieder auch. Ja, äh. Hast du irgendwas gesagt, was wichtig war? Ja, warte, warte, warte. Ich bin gerade ein bisschen hier. Sehr wichtig war es. Aber macht nichts. Ist jetzt egal. Warte, 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 warte. War es jetzt echt wichtig? Moment, Moment. Gerade Stresssituation. Gleich, gleich. Ich rede wieder mit dir. Sekunde. Ich rede gleich wieder mit dir. Ne, ohne Witz. Das hat hier gerade so laut geschäppert. Alter, ich kann nichts machen. Okay. Sekunde. Das Essen, das hier, das ist nicht so wichtig. Äh, ich bin gerade in der Höhle und hole den Loot. Schon mal. Ich muss nur Platz genug haben. Also ich bin theoretisch gesehen fertig. Weiß ich nicht. Zack. Theoretisch. Zack. Marmor ist auch egal. Das ist wichtig. Das ist nicht so. Schüsse tue ich auch mal raus. Also wir haben vier Räder. Wir haben vier Düsen. Wir haben diese Dinger, die immer noch auf den Stelzen stehen. An den Dingern sind auch die Tubinen. Und die Schnöpfe sind auch überall befestigt. Fehlt noch irgendwas? Irgendwelche Wünsche? Träume? Weiß ich nicht. Warte. Ich bin gerade in der Höhle. Ich muss vielleicht die Kiste draufsetzen oder so. Ist dir die Pizza wichtig? Muss ich die mitnehmen? Holst du die selbst? Weil ich habe keinen Platz auch noch für die Pizza. Nee, die Pizza. Natürlich ist die wichtig. Das ist das Wichtigste. Dann musst du selber nochmal herkommen. Ach komm. Ich habe keinen Platz für alles. Was soll ich die Pizza da lassen? Also es ist noch Armbrust hier. Es ist noch Armbrust hier. Weichholz. Brauch ich. Wieso Knochen hier? Nein, ja, ist schon in Ordnung. Dann ist die Spitzhacke noch da. Früchte, Früchte, Kuh. Das hast du alles so einzeln Sachen. Alles nur, was alles eine komplette Stack braucht. Einzelne Sachen hast du fast nur. Das sind nicht immer Stacks. Die Recurve Armbrust ist diese Scheiße. Das ist mein, das ist mein, das ist das Essen gewesen. Schneebeere brauchst du nicht. Waldachs nehme ich dir mit. Weichholz ist egal. Noch eine Waldachs hast du? Wahrscheinlich, nee, ja, weiß ich nicht. Da habe ich die aufgesammelt oder so. Also ich kann hier nur überleben, wenn ich diesen komischen Glücksbringer habe, da, ne? Diesen einen Ding. Und so einen Bärensafter, weißt du, so ein... Hier eine Sack. So, wir können ja dann eh nochmal herkommen, aber ich habe jetzt erstmal... Was weiß ich noch da? Explosionskern muss ich nur mitnehmen. Holz nehme ich weg. Habe ich den Kern. Also ich habe noch hier Milch, noch eine Waldachst, Wolle. Wolle kann ich ausdecken. Nee, habe ich weggeschmissen. Sonst ist ja alles nichts. Du hast ja nicht kaum Sachen hier. Du hast nur diese neuen Sachen gehabt. Okay, also Weichholz ist da Früchtekuchen, Holz, Milch und Wolle. Ja, sonst habe ich alles geholt. Ich habe halt noch viel weggeschmissen hier. Kann ich die Fackel nicht haben, oder? Um das zu sehen, gleichzeitig. Ah, nee, geht, geht, geht. Okay. Gut. Oh, das ist so viel. Das ist ein Gegner. Oh, weg, 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 weg. Das ist ein Gegner. Das ist ja ein Stein zu abhacken, oder? Okay. Also, Schneebär musst du halt unbedingt mitnehmen, ne? Also, die sind Saft halt am besten. Da wegen 10 Minuten. Die sind sehr heiß hier. Da ist so ein Viech, das explodiert, ey. Aber wenn du es nicht explodieren lässt, dann kriegst du den Kern. Das, was du dann bekommst. Das ist schwarze Viech da. So hast du doch den Kern bekommen. Wie ich mal rausgefunden. Hier ist eine Kiste. Kiste von Ungetümschuppe. Und eine Ungetümschuppe noch ein zu haben, wäre nicht schlecht, ne? Dann werfe ich so ein Schwert weg. Das muss ich dir dann halt neu machen. Nee, Holzlieber, Holzlieber. Das passt. Holz kriege ich schon so. Reicht ein Stack. Ich werde schätze ich mal hier schon verlecken. Wenn es vier Minuten ist, schaue ich nicht raus. Wegen, äh, ja, ich gucke mich halt ein bisschen dumm und mein Band fällt da nicht so lang. Wie verrecken. Sollte ich verrecken. Ich habe keine Schneesamen mitgenommen. Boah. Alter, das ist so krass hier. Du kommst ja nicht dahin. Du musst dich dahin bauen. Digga. Das ist über dem Lava schwebt das Ding. Was du abfarmen musst. Über dem Lava schwebt es. Oh, hier ist noch was. Oh, ich muss das Schwert kurz reparieren. Okay. Okay, ähm. Kannst du dann, wenn du fliegen kannst, kannst du vorbeikommen und mir die Bären bringen. Nee, ich kann nicht fliegen. Ne? Der bedauerliche Reise reicht der Schub nicht aus. Was geht der aus? Der Schub reicht nicht aus. Nach oben? Oder was? Ja. Weil es zu groß ist. Wie viele Düten hast du gebaut? Acht? Hier? Vier. Okay. Kannst du nur noch mehr bauen. Metallschmerzen. Hast du bekommen? Brightcore. Ganz viele. Brightcore haben wir. Das mit dem Licht habe ich gefunden. Jetzt haben wir Licht durch das. Es ist zum Abbauen sowas. Scheiße. Wer hat nicht genug Schub? Was ich lustig finde, du kriegst diese Lampen-Dinge halt so früh und das ist, was du dann machen kannst, damit es ist so spät. Okay, ich meine, zu zweit kann man das Ding ganz so gut lenken. Ich sage euch ja, du brauchst zwei, weil es so weit auseinander ist. Nein. Du kannst dich beide Klickern gleichzeitig mit. Scheiße. Ja, schnell klicken, links, rechts drehen. Aber sie funktionieren unabhängig voneinander, oder? Das ist das richtigste erst mal. Wenn du so schnell klicken kannst, dann klickst du es auch alleine. Ja, ja, das ist ja jetzt egal, aber sie funktionieren unabhängig voneinander. Das funktioniert also alles, was du gemacht hast. Cool. Das ist schon mal wichtig einfach. Aber leider gehen die immer aus, die Düsen. Ja, du musst halt immer... Ja, klar. Ach so, komplett. Ach so, weil sie gehen ja auch bei uns aus. Echt? Ist das so? Die bleiben nicht an. Musst du immer wieder anklicken. Und deswegen meine ich, es wird zwei einfach besser. Einer kümmert sich um einen. Ja. Aber er hat sich mitmütig gesehen. Bitte fall nicht ins Lava hier. Eine Minute noch, damit ich hier raus und sterbe. Schaffe ich aber nicht. Weil ich bin ziemlich tief runtergesprungen. Ihr doch weg, Hans-Hans-Wurscht hier. Was habe ich jetzt hier? Obsidian. Aber gut, lenken lässt es sich hier nicht. Schwierig. Oh, du, du. Ich bin kurz in die Lava gefallen, damit ich was looten kann. Ich habe kurz gebrannt, aber ist okay. Ich denke immer, dass mein Ding kaputt ist. Weil meine Herzchen verändern sich nicht. Okay, zehn Sekunden, Jens. Da muss ich hier raus. Aber ich bin ganz unten in der Höhle. Keine Ahnung, wie ich hier rauskomme. Fleisch hier, okay. Okay, okay. Okay, die ist warm. Ich glaube, ich habe einen Bug, weil mein Leben geht nicht mehr runter. Ich bin ja auch nicht mehr. Häu. Ich bin ja auch nicht. Ich bin ja sehr gut. Ich bin ja so gut. Oh, ich bin ja schon mal. Ich bin ja auch so gut. Naja, doch doch, hier ist der Eingang eigentlich. Die schmeißen alle Dynamit auf mich, ey. Die schmeißen alle Dynamit auf mich, ey. Okay, gut. Lol. Uuuuh. Weg, 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 weg. Macht es die selbst. Ich glaube nicht, ob der eine Dynamit schneidet. Ah, mein Home ist wieder da. Weg. Dinger, Dinger, die schmeißen nur Dynamit. Ich, hey, warte mal, ist vielleicht Dynamit, wenn du schmeißt, doch gut zu farmen? Ist das nicht, also nicht hier bei Minecraft? Oh, ausprobieren. Fuck it. Fuck it. Morgen war er schon wieder. Nein, ich bin in die. Ja, ja. Die sterben wir. Ist hier noch so ein Kern? Erlebnis hier ist wild in der Höhle, oder? Können wir nachher nochmal zu zweit hin, oder so. Also das, die, die Sachen zu farmen sind nicht, sind echt nicht einfach. Weil sie immer über der Lava schweben. Da musste ich halt da hinbauen. Oh, jetzt bin ich wieder unten. Ich wollte da nicht hoch. Aber mit so einer, wenn ich eine Beere dabei hätte, wäre es kein Problem, Jens. Ich brauche nur eine Schneebeere, oder so. Und ich muss irgendwie herausfinden, wie ich hier rauskomme. Ist das hier hoch? Ja, gell? Ich baue mich mal da hoch. Vielleicht geht sie da oben raus. Nee, geht's nicht raus. Scheiße. Ich verstehe den Weg nicht, Alter. Warte mal. Was läuft bei dir? Alles gut? Wie das Auto aus? Fliegst du rum? Hast du noch Düsen gebaut? Kommt zu. Geht's noch aus? Ja, das geht nicht ohne dich. Ich brauche hier Hilfe. Obsidian habe ich. Schittisamen, Timbeersamen. Ich habe keine einzige Schneebeere. Nie wieder, oder was? Geht's hinweg? Geht's wieder hin? Eins, zwei, drei. Ja. Bin ich der Test? Ich habe Kupfer gefunden. Okay, das ist jetzt missvoll hier. Ich habe Kupfer gefunden. Wahrscheinlich habe ich einen Fehler gemacht beim Bordwist. Aber es ist egal. Also in der Höhle ist Obsidian, Kupfer, Bernstein. Brightcore, alles Mögliche hier. So, Kupfer, geil. Da könnte ich einfach hin. Ich bockte das Ding auf, dass wir da was drunter bauen können. Einer fliegt und der andere macht es drunter. Was fliegen? Das kann nicht fliegen, das ist zu schwer. Das geht gar nicht hoch, 0. Kann ich in die Lava reinbauen oder was geht das? Oh, es ist jetzt leider verbunden. Ja. Das heißt, ich kann es nichts mehr ändern. Jetzt gehen die Düsen immer unten an. Alle immer. Nee, jetzt gehen die Ohren rechts und unten an. Weil das leider... Oha. Scheiße. Ich sage dir ernst, geile Höhle zu fahren. Nur Platz fehlt halt. Kein Neusch. Da hätte ich das gedacht. Ja, hatten wir ja voll schon. Astrofe hält. Bis dahin muss ich hier raus sein. Das hier, ob dein Geert danach noch fliegt, ne? Ich bin jetzt wie Mario. Kennst du Super Mario 64? Nun haben wir 64, wenn der Mario ins, 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 ähm, in die Lava-Fail macht, springt er so hoch. Du, 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 du. Kenntst du das? Diese Szene? Ja. Hä? Du weißt. Ja, weiß ich nicht. War nicht so der Mario 64-Spieler. Nee, wahrscheinlich nicht. Okay. Gut, dann. Weil hier ist es genauso. Hier ist es auch so. Ich hab gar keinen Platz für das. Ich find's hier mitten in der Walachei und muss hier irgendwie nach Hause kommen. Ich versuche hier aus der Höhle rauszukommen und finde immer neue Sachen zu farmen. Du kann nicht widerstehen, ich schmeiß ihm andere Sachen weg. Ich hab nur noch ein bisschen Holz. Hä? Okay, ist abgestürzt. Kaputt? Ganz kaputt, oder? Ach, das Spiel, okay, okay. Ich dachte, das Gerät. Oder der Gerät. Ich bin mit dem Affenzahn durch die Natur geflogen, aber es ist abgestürzt. Oh. Das kenn ich von A. Ist ja die gleiche Engine. Was willst du machen? Okay, jetzt muss ich mal schauen, wie ich hier rauskomme. Der hier liegt so... Warte, ich zeig dir mal. Ah, so viel Spielen. Da kann ich eigentlich Spielen noch zeigen, Sophie. Du willst mir das zeigen, komm mal nachher. So. Ja. Habe ich den Spielen schon geschickt? Wie es hier ausschaut. Wir könnten dringend TNT gebrauchen. Ähm, ja, hab ich... Haben wir. Sprengstoff. TNT. Ja. Gehen wir auch zu Hause. Was sagt mir das jetzt? Das Bild hier? Ja, das liegt noch alles hier. Das kann ich nicht einsammeln. Noch Zeug von dir. So einzelne Sachen halt. Musst du dann... Musst du...